Hallo zusammen, ich bin die Nivez, ihr schaut Ausgang TV. Heute finden wir heraus, wer mit dem neuen Chevrolet Spark rumcruisen darf. Check es doch! Gibt es hier? Gibt es hier? Wie fühlt sich das Gefühl haben, mit dem neuen Chevrolet Spark durch die City cruisen? Unglaublich. Ich habe noch nie etwas in meinem Wettbewerb gewonnen. Ich bin überglücklich. Keine Ahnung, ich bin unglaublich. Wie bist du auf diesen Wettbewerb gestossen? Zufällig. Ich dachte einfach mal, ich mache mit. Ich habe nie gedacht, dass ich je etwas gewinne oder in die letzten drei komme. Nie. Nie im Leben. Hast du vorher schon ein Auto gehabt? Ja, das habe ich gehabt. Mein Auto ist schon ein bisschen alt. Im Jahrgang 1999 ist es nicht mehr so neu. Ich bin wirklich froh. Sie sind Chevrolet halt. So geil! Super, ich gratuliere dir herzlich. Merci.